Fans, hier sind Hain und Mück und wir wollten euch einladen am 24. zu kommen. Hochschule Bremerhaven, Lipdub-Video und da wurde ein Song genommen. Zwei schöne Songs, also es gibt ja noch einen anderen schönen Song, den könnte man zum Beispiel hier nehmen. Come on baby yeah, Bremerhaven, what up? Come on baby yeah, ich komme aus der Stadt am Meer. Oder man könnte auch sogar noch einen viel besseren nehmen, also es gibt ja noch einen, der ist auch noch, man könnte auch noch diesen guten Song hier nehmen. Unterm T-Shirt von Puglikes, trage ich die Pistole, überleben auf dem Asphalt, das kristall ist astrein, Junge gib mir ein Fugli und du weißt wie mein Tasch knallt. Aber es wurde natürlich eigentlich noch ein Song genommen, der noch besser ist. Ja, hier der hier. Noch besser und wir wollen euch sagen, kommt auf jeden Fall am, welches Datum? Wann? Wochenende. Auf jeden Fall am 24.05. Tanzt, tanzt wie viel ihr wollt, tanzt so viel ihr wollt, der Song ist gut, die Laune wird richtig gut sein und ich gucke mal kurz nach, es wird der um 16 Uhr, nee 14 Uhr sein. Come on baby yeah. Und äh, wir sind auch unter euch auf jeden Fall, jetzt nicht, wir sind da gerade auf Tour, glaube ich, an dem Tag, an dem Tag sind wir, glaube ich, auf Tour und ähm, in äh, oh, keine Ahnung, wo sind wir, auf dem Schwarzwald sind wir da gerade, ähm, da spielen wir den Song hier. Level, next level, next. Genau, den kennt ihr ja schon und äh, mal sehen, vielleicht kriegen wir noch ein Feature als diesen mit dem hier. Spiel in Deckung, Junge, mach keinen Stress mit dem. Mück, behaupten. Ähm, kommt auf jeden Fall vorbei, Spotlight heißt die Organisation, äh, 14.05. Äh, 16 Uhr, ihr werdet erwartet. Heino Mück. Yeah. Heino Mück. Vielen Dank.